Hey Leute und willkommen zum absoluten Geschwindigkeitsboost. Wir sind hier gerade in The Dropper, die Map, die ich vor kurzem erst als Adventure-Let's Play gemacht habe. Und ich habe jetzt einfach mal aus Spaß, nachdem ich dann in der nächsten Map von ihm quasi gelandet bin, habe ich mich nochmal hier zurück teleportiert und habe mir noch den experimentellen Level angeguckt. Und ich finde ihn extrem geil. Wir fallen hier einfach nur nach unten, wie es eben immer ist bei The Dropper. Und hier was um uns rum geht, das wird immer enger. Das heißt, wenn man hier sich mal umguckt, diese Schleifen, die laufen einfach immer enger zusammen und deswegen hat man das Gefühl, als würde man immer, immer schneller und schneller werden. Dieses Prinzip habe ich schon mal angewandt und zwar vor circa zwei Jahren. Ist das krass. Beim ersten Let's Change, damals habe ich nämlich einen Wasseraufzug gebaut. Einen Aufzug, wo man eben mit dem Boot ins Wasser geht und dann nach oben getrieben wird. Das wurde leider in der 1.0 oder 1.1 oder sowas dann aus Minecraft rausgenommen, diese Möglichkeit des Aufzugs. Ah, das war die Beta 1.7, jetzt erinnere ich mich. Damals als Pistons dann in wurden oder ins Spiel integriert wurden. Und da habe ich auch Lichter um mich rum gemacht, die dann immer enger wurden. Und so hatte man das Gefühl, dass man nach oben immer schneller und schneller wird. Und genau dieses Prinzip haben wir jetzt eben hier auch, dass der experimentelle Level und das Coole ist, dank Command-Blocks und Trap-Wires, also wie heißen die Dinger eigentlich auf Deutsch, ich kenne nur den englischen Fachbegriff dafür, eben diese Fäden, wo man drüber labert und dann wird irgendwas ausgelöst, die mit einem Command-Block verbunden sind, schafft der es, dass wir immer wieder da hochgeteleportiert werden und das immer von vorne wieder erleben. Ich werde jetzt hier einfach mal aus Spaß-Game-Mode 0, ist es glaube ich, ne, ist es 1, 1 eingeben. Warten, bis wir kurz unten sind. So, und jetzt fliegen wir da einfach mal runter und gucken uns die Mechanik dahinter noch kurz an. Weil ich meine, das ist jetzt nicht mehr mein Adventure-Bitzt, komm, da können wir noch ein bisschen mehr. Halt, stopp, das war schon zu viel. Und dann gucken wir jetzt einfach mal an, wie das Ganze hinter den Kulissen aussieht, denn das interessiert mich jetzt auch. Ups, da wollten wir gar nicht hin. Komm, lass mich mal durch. Nein! Okay. Da haben wir Command-Blocks. Und da steht TP-Player, das ist Target-Nears-Player, hier, zu einem anderen. Und das ist eigentlich schon das eigentliche Kommando, was hier hinten dran steht. Und das ist natürlich überall hier drin. Und so ist es, wo bin ich jetzt gelandet? So ist es eben möglich, dass man hier immer wieder durchkommt. Wo sind wir eigentlich hier, was ist da dahinter? Einfach nur rote Wolle. Schade. Auf jeden Fall, das ist das kleine Geheimnis, was ich euch noch zeigen wollte. Ich finde diese Idee fucking geil, muss ich sagen. Ich finde das super gut gemacht. Weil diese Beschleunigung, das ist einfach, das ist eine sehr tolle Idee. Die hatte ich vor langer Zeit auch schon mal. Und der hat das halt wirklich sehr cool umgesetzt. Und das Ganze ist endlos. Das heißt, du kommst hier einfach nicht mehr raus. Ein Glutus, der es nicht in meinem Adventure-Let's Play gemacht hat. Okay, das war's mit diesem kleinen Nachtrag. Wenn ihr was auch mal bauen wollt, jetzt wisst ihr, wie es geht. Und man sieht sich dann hoffentlich im nächsten Adventure-Map-Let's Play. Bis dahin. Tschüss.